Job Wilhelm Georg Erwin Erdmann von Witzleben war ein deutscher Offizier, zuletzt Generalfeldmarschall und während des Zweiten Weltkrieges Armee-Oberbefehlshaber und Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Er war von den Verschwörern im Fall des Gehlingins der Operation Walküre als Oberbefehlshaber über die gesamte Wehrmacht vorgesehen. Leben Herkunft Erwin entstammte dem Elgasburg-Angelrodlerzweig der thüringischen Adligen-Offiziersfamilie von Witzleben. Sein Vater war der preußische Hauptmann Georg von Witzleben, seine Mutter die bürgerliche Therese Geb. Brandenburg Kaiserreich und Erster Weltkrieg Witzleben absolvierte das preußische Kadettenchor und trat am 22. Juni 1901 als Leutnant in das Grenadierregiment König Wilhelm I. Nr. 7 im schlesischen Lignitz ein, wo damals seine Verwitweter Mutter lebte. 1910 wurde er zum Oberleutnant befördert. Seit 1907 war er mit Else Kleberg verheiratet, die beiden hatten zwei Kinder. Im Ersten Weltkrieg war Witzleben zunächst Brigadeadjutant der 19. Reserveinfanteriebrigade. Bevor er im Oktober 1914 zum Hauptmann und Kompaniechef im Reserveinfanterie-Regiment Nr. 6 aufrückte. Später wurde er im selben Regiment Bataillonskommandeur. Witzlebenseinheit kämpfte unter anderem bei Ferdon in der Champagne und in Flandern. Witzleben wurde schwer verwundet und mit beiden Klassen des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Nach seiner Verwundung kam er 1918 zur Generalstabsausbildung und erlebte das Kriegsende als erster Generalstabsoffizier der 121. Division Weimarer Republik in die Reichswehr wurde Witzleben als Kompaniechef übernommen. 1923 kam er als Major in den Stab der 4. Division nach Dresden. 1928 wurde er Bataillonskommandeur im 6. Infanterie-Regiment seit 1929 als Oberstleutnant. Anschließend war er Chef des Stabes der 6. Division und übernahm nach der Beförderung zum Oberst 1931 die Kasekunden 8 der Infanterie-Regiment in Frankfurt. Zeit des Nationalsozialismus vor Kriegszeit im Frühjahr 1933 erfolgte die Versetzung auf die Stelle des Infanterieführers VI in Hannover. Am 1. Februar 1934 wurde er zum Generalmajor befördert und als Kommandeur zur 3. Division in Potsdam versetzt. Als Nachfolger von General von Fritsch wurde er Befehlshaber des Wehrkreises 3. In dieser Position wurde er Generalleutnant und im September 1935 kommandierender General des 3. Armeekower in Berlin. 1936 erhielt er seine Beförderung zum General der Infanterie. Bereits 1934 bezog Witzleben Position gegen das NS-Regime. Als er nach der Ermordung der Generale Schleicher und Bredow im Zuge des sogenannten Römputsches beim Chef der Heeresleitung vorstellig wurde und gegen die Ermordung der beiden Generale protestierte und eine gerichtliche Untersuchung forderte. Seit 1937 suchte Witzleben nach einer Möglichkeit, Hitler zu stürzen. Im Sommer 1938 während der Sudetenkrise war er der Gesamtverantwortliche, der zusammen unter anderem mit Oberst Oster, General der Artillerie Halder, seinen Mitarbeitern Generalleutnant Graf von Brockdorf-Allefeld und Generalmajor von Hase sowie Generalleutnant Hönner die sogenannte September-Verschwörung plante. Um das NS-Regime zu beseitigen, Witzlebenskommando über den wichtigen Berliner Wehrkreis sollte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Durch Hitlers Erfolg beim Münchner Abkommen wurde dem geplanten Staatsstreiche doch die Grundlage entzogen. Witzleben war inzwischen im November 1938 als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe II nach Frankfurt versetzt worden. Zweiter Weltkrieg Westfeldzug im September 1939 übernahm der wenig später zum Generaloberst beförderte Witzleben den Oberbefehl über die im Westen stationierte 1. Armee Beim Angriff auf Frankreich am 10. Mai 1940 gehörte Witzlebensarmee zur Heeresgruppe C unter dem Befehl von Generaloberst Wilhelm von Leb. Sie durchbrach am 14. Juni die Maginolinie und zwang am 17. Juni mehrere französische Divisionen zur Kapitulation. Dafür wurde Witzleben mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet und am 19. Juli 1940 zusammen mit elf weiteren Generälen zum Generalfeldmarschall befördert. 1941 wurde er noch zum Oberbefehlshaber West als Nachfolger von Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt berufen. Aber bereits Mitte März 1942 angeblich aus gesundheitlichen Gründen ist tatsächlich aber wegen des Verdachts. Er sei Teil einer militärischen Opposition auf Betreiben Franz Halders durch Hitler in die Führerreserve versetzt und erneut durch Rundstedt. Er setzt. 1944 war er wie in von Witzleben eine Schlüsselposition in den Staatsstreichplänen der Verschwörergruppe um Stauffenberg zugedacht. Während Generaloberst Ludwig Beck als vorläufiges Staatsoberhaupt und Generaloberst Erich Hörner als Befehlshaber des Ersatzheeres vorgesehen waren, sollte Generalfeldmarschall von Witzleben nach Hitlers Tod als ranghöchster deutscher Soldat den Oberbefehl über die gesamte Wehrmacht übernehmen. Witzleben, der sich am 20. Juli zunächst im Oberkommando des Heeres in der Bendlerstraße aufgehalten hatte, wurde tags darauf auf dem Gut seines Adjutanten Wilhelm Graf zu Lünar verhaftet und später von dem am 2. August 1944 gebildeten sogenannten Ehrenhof unter Vorsitz von Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt unehrenhaft aus der Wehrmacht ausgestoßen, so dass das Reichskriegsgericht für seine Aburteilung nicht mehr zuständig war. Volksgerichtshof und Tod Witzleben gehörte zusammen mit Hörner und sechs weiteren Kameraden zur ersten Gruppe Angeklagter, die sich am 7. und 8. August 1944 vor dem Volksgerichtshof wegen Hochverrats verantworten mussten. Den Vorsitz führte dessen Präsident Roland Freisler. Bei Beginn der Verhandlungen zeigte von Witzleben den Hitlergruß, was sich Freisler verbat, da der Angeklagte in seinen Augen ehrlos und es, seiner Meinung nach, nur ehrenhaften Volksgenossen gestattet sei, diesen zu gebrauchen. Während des Schauprozesses musste er sich durchweg die Hose festhalten, da die geheime Staatspolizei ihm die Hosenträger abgenommen hatten und er im Gefängnis abgemagert war. Freisler reagierte darauf, indem er von Witzleben fragte, was fassen sie sich dauernd an die Hose, sie schmutziger, alter Mann. Er wurde am 8. August 1944 zum Tode verurteilt. Witzlebens Schlussworte an Freisler gerichtet sollen gewesen sein. Sie können uns dem Henker überantworten. In drei Monaten zieht das empörte und gequälte Volk sie zur Rechenschaft und schleift sie bei lebendigem Leib durch den Code der Straßen. Noch am Tag des Urteils wurde erwähnt von Witzleben im Strafgefängnis Berlin Plötzensee auf ausdrücklichen Befehl Hitlers durchhängen. Statt wie sonst bei Milterangehörigen üblich durch Erschießen hingerichtet Auszeichnungen. Eisernes Kreuz II und I Klasse Ritterkreuz des königlichen Hausordens von Hohen Sollern mit Schwertern Bayerischer Militärverdienstorden IV Klasse mit Schwertern Hanseatenkreuz Hamburg Reussisches Ehrenkreuz III Klasse mit Schwertern und mit Krone Verwundeten Abzeichen in Schwarz Spange zum Eisernen Kreuz II und I Klasse Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes am 24. Juni 1940 Ehrungen An Erwin von Witzleben erinnern heute Erwin von Witzleben Ehrenmal in Hude Erwin von Witzleben Gedenktafel Harlemweg 34 in Berlin Charlottenburg Nord Erwin von Witzleben Grundschule im Ortsteil Berlin Charlottenburg Nord Gedenktafel an der Bayerischen Staatskanzlei in München In mehreren deutschen Städten sind Erwin von Witzleben Straßen bzw. Witzleben Straßen nach ihm benannt Erwin von Witzleben Erwin von Witzleben